Sooo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall Multiplayer Nach wie vor Attrition Und ja ich probiere jetzt mal hier den Mech Launcher aus, der klingt ganz interessant Aber ich glaube der Charger, der haut richtig rein Ich meine den muss man dann zwar aufladen, aber egal Wo ist denn hier der eine Turm, Alter, die Mech sieht auch schon wieder relativ groß aus Jawoll, sehr schön, das hat doch ganz gut geklappt Aha Nicht mit mir hier, den hackst du nicht, den hack ich nämlich jetzt Ja, Activaten geht relativ schneller als Hacken Habe ich zumindest im Gefühl Boah und ich nehme hier die Treppen Alter, klar Genau, fick dich Bäm Jawoll und gekillt, so Fick dich Ah, ich liebe diese Arc-Ranade Alter, ja, hockt er da oben in einer Shotgun GTF In 60 Sekunden? Alles klar Jawoll, ich liebe diese Granaten, ne? Die sind so episch Okay Ich wollte hier rein Weil hier ist eine Leiter, die nach oben führt Achso, ich dachte, da wäre eben einer Macht er das schon? Der macht das schon Ach komm Wie hat der 2% Leben, ey Wie knapp war das denn bitte? Ach, leck mich doch am Arsch Scheiße, wie knapp das war, ey Woah Woah Hete Oh, das ist meiner Okay Nee, 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 nee Wo ist der, wo ist der? Oben auf dem Dach, nee, da drin Alter am Arsch Hat er erweiterte Magazine da drin Wirklich hier Boah fuck ey 3 zu 5 schon wieder Nicht gut Oh Ah folgt er mir Aha Okay muss ich mir merken Wo der Laden hier ist Okay hier ist gerade mal Gar nichts los Ah Am Arsch Die mit ihrer verkackten S&G Die geht mir auch ziemlich auf den Piss ey Ach komm schon Schon wieder 2 Leben übrig BTF ey Was soll der Scheiß Ach man Ach man Wie ist die Lange Ach komm Ach komm Natürlich hat er mich noch gekriegt Da hätte ich hier laufen müssen Spenden müssen Scheiße Scheiße Natürlich noch davor Natürlich noch davor Kann ich nicht sein Kriegt zwar die meisten online auf Weil Naja Die versuchen dich zu treffen Irgendwie Und dann Oh super Meine Maus mal wieder Ejo Ist ja gut Ja genau Die meldet sich immer so gerne ab Meine Maus Kann ich da oben? Kann ich natürlich nicht Aber hier muss ich mir einen holen So Nein mein Schild hat Alter Total Freeze gerade hier Alles klar Alles klar So Ist hier noch irgendwas? Nee Alter Das ist schon wieder so knapp Aber so verlieren jetzt glaube ich wieder Ja darf ich da mal durch dann wenigstens? Alter Am Arsch Das ist schon wieder so knapp So Vielleicht gehen die Schilde ja aus Bevor das explodiert Schade Der witzig gewesen Und weg hier Sehr schön Verdammt Ich laufe in die falsche Richtung Scheiße So Oh Shit Oh man Hat er mich ja so gekippt Ja schade 6 zu 9 Naja Ich kann damit leben Auf jeden Fall Zumindest mache ich heute mal Im Vergleich zu gestern Auch Pilot Kills Weil irgendwie hatte ich gestern das Gefühl Grunts teilweise 30 Stück oder so Aber halt wirklich kaum Pilots erledigt Ja Arc Grenades Klar Aber nur ein Pilot habe ich mit der Mit dem Karabiner Gekillt Ein Specter fehlt noch Dann habe ich das auch Mit der Autopistol noch einen erledigen Noch 11 Grunts Und noch 6 Titans rufen Ja Ein Slot ist hier jetzt wieder offen Den haben wir zweimal Will ich mal ausprobieren Und dann melde ich hier die Folge Ich bedanke mich für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao